Komm, Check. Leitung steht. Zielperson erfasst. Was ist das denn? Abbruch. Ethan, was ist da im Kreml passiert? Das war eine Falle. Die Russen klassifizieren das als Akt eines nicht erklärten Kriegs. Die Schuld schreibt man ihnen und ihrem Team zu. Der Präsident hat das Phantomprotokoll aktiviert. Das gesamte IMF wird verleugnet. Und wie geht's jetzt weiter? Ihre Mission, falls Sie sich entscheiden, Sie zerkzecken. Der Sekretär ist tot. Wir vier sind alles, was vom IMF übrig ist. Kein Unterschlupf, keine Schützenhilfe, keine Rückholung. Jede Verbindung zu diesem Mann ist für uns eine wertvolle Informationsquelle. Wir kommen mit der Zielperson zurück. Oder wir kommen gar nicht zurück. Und wie sollen wir das bitte anstellen? Wir liquidieren ihn. Ja, wir liquidieren ihn und zwar diskret. Diskret. Die Operation ist zu Ende, bevor sie überhaupt beginnt. Können Sie das bitte näher erklären, Brent? Wer sind Sie wirklich? Wir haben alle unsere Geheimnisse. Nicht wahr, Ethan? Okay, das ist ein kleines Problem. Um in den Serverraum zu gelangen, müssen wir von außen rein. Wir? Ich bin, ich bin am Computer. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, 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 ich bin